es ist jetzt nun passiert wieder eine meiner kindheitstraumata lebt hoch und zwar ganz konkret lego ich war immer großer lego fähigen wir sind ich mochte lego ich habe lego geliebt ihr könnt meine eltern fragen auf uns haben dachburgen bei denen zu hause stehen immer noch alle möglichen kisten voll von lego ich war ein gewaltiger fan von den timecruiser modellen ich will es aber auch nicht zu sehr darüber sprechen sondern mich vor allem über eine sache äußern und das ist ja hier thomas branke hält der steine ich habe den youtube-kanal vor einigen monaten entdeckt und weiter angetan das ist also eine trockene art über dieses thema zu sprechen ich finde persönlich auch sehr sehr schön gemacht sein gesamten youtube-kanal und was passiert er hat jetzt eine abmahnung von lego bekommen und warum hat lego hälter steine der ein lego shop in frankfurt abgemahnt ganz konkret wegen seines logos weil dieses logo offensichtlich für lego gehalten werden könnte also es gibt auch nicht verwechslungsgefahr zwischen diesen beiden logos weswegen er als auf das logo umgestellt hat hierauf aber warum hat lego da jetzt probleme da ganz konkret ein beispiel das geht noch zurück auf die 90er jahr wenn ein unternehmen einen bestimmten begriff hat der gefahr läuft als generik um gewertet werden zu können beispielsweise tempo mit taschentüchern dann hat das unternehmen ein problem denn dann kann es halt sein dass das urheberrecht oder das markenrecht nicht mehr greift weil eben dieser begriff der unternehmen sich rausgesucht hat halt ein generischer begriff ein antwort 15 griff worden ist und das ist eben das große problem was lego offensichtlich gerade denkt zu haben was ich persönlich nicht nachvollziehen kann dieses totaler murks an der stelle aber deswegen ist halt eben hält der stelle abgemahnt worden lego ist offensichtlich der meinung dass das alte logo wasser diesen stein mit schloppen also diese klassische lego stein das bricht darstellt dass auch nicht verwechslungsgefahr besteht zwischen dem lizenzierten lego shop also ein unternehmen einem einfachen ladengeschäft das lego verkaufen darf und der eigentlichen lego marke also ganz ehrlich das ist doch hier also komplett hier verwechslung verheißt wenn man viel vergleichst also alle logo herrsteiner lego also ich meine natürlich bin ich dass ich extra macht und bei allen schon die farbe so blau wo du dich beieinander und der text ist ja schon so ähnlich oh mein gott das könnte ja wirklich an den offizielle ist also meine fresse deswegen ist halt jetzt auch diese umgestiegen lange rede kurzer sind an der stelle meine meinung ist glaube ich gerade deutlich geworden dass ich der meinung bin lego zumal auf der katalog und die angebote also wenn ich jetzt nicht gerade auf kommen verfügungen star wars harry potter oder co steht für mich wirklich was also früher so ein bisschen anders aus wie es vielleicht von euch daran erinnern kann es gab auch mal piraten schiffe es gab eine lego stadt ich weiß dass kind vielleicht hier und da auch manchmal ein bisschen langweilig das große lego stadt und lego city fern gewissen aber es gab es zumindest und bevor ich jetzt zu sehr kinderstromoter aufarbeitet an der stelle das große problem eben mit lego an diesem punkt die sichtweise denn ähnliche situation hatten wir auch schon mal shell versus shell 1990er jahren ein herr doktor shell wurde von shell dem ölkonzern verklagt weil dieser doktor shell das war ein jurist gewesen sich die domain shell.de gesichert hat und das ist natürlich noch eine andere grundsituation da geht es um das thema domain grabbing dass eben nicht jeder dahergelaufene mensch sich einfach irgendwelche bekannte unternehmensmarke also domains sichern kann und dann diese unternehmen quasi mit vorgehaltener pistole erpressen kann diese domains doch bitte schön freizugeben wenn die leute halt eben möchten dass man oder shell dir dann auch die eigentliche plattform erreicht so war es ja nicht gewesen das ist sowieso noch mal ganz andere sache ist ja nicht so dass der hälter steine hier jetzt gegen die lego irgendwie usurpiert hat wo ich manchmal in meinem bin wäre vielleicht keine blöde idee diesen namen zu übernehmen zumindest wie das aktuelle programm so ein bisschen aussieht aber das ist meine persönliche meinung aber das ist noch mal eine andere konstellation aber vergleichbar insofern dass du halt eben eine einzelperson ist die person heißt shell aber der konzert hat trotzdem recht bekommen einfach mit dem hintergrund dass der konzert mehr anberichte auf diesen namen hat aber da auch wieder der punkt ganz ehrlich wo trifft das zu hält der steine ich sehe da nirgendwo lego das könnte genauso gut auch hält der steine ich verkaufe irgendwelche backsteine mit den man bauen kann das könnte ja genauso gut sein insofern aus meiner sicht taler und entschuldigt mir bitte diesen ausdruck bullshit an der stelle geist die gut zu dienen und fährt ich werde ich auf jeden fall in den kommentarbereich beziehungsweise den jones komplett verlinken was die quellenlage aktuell ist auch ein paar informative zusatzartikel plus das original video wo er darauf eingeht also die fall der original der steine aber was heißt das jetzt für uns als online unternehmer als kam oder als jemand einfach online unterwegs ist dürfen jetzt nicht mehr über zum beispiel lego ein feedback video machen oder generell über derartige plattform berichten doch dürfen wir weiterhin das ist vollkommen okay nachteil ist dann maximal wenn es unternehmen dabei sind dass sie nicht okay sind nicht okay ist abgemalt werden dürfen wir immer aber das heißt nicht dass zum beispiel let's place verboten sind das ist weiterhin komplett erlaubt und okay weil es normal von studien geduldet wird und er dafür zum beispiel auch weiterhin in seinem laden lego verkaufen weil er sobald ich das zumindest weiß eine lizenziert zwischen händler ist denn ansonsten wenn da diese abmahnung wenn es zu der klage und diese klage durchgeht dann hätten wir ein problem wenn ich zum beispiel ein apple reseller bin oder ein smartphone händler zusammen offizieller samsung reseller oder ich sony geräte verkaufe das darf ich ja als reseller als wiederverkäufer ist ja vollkommen okay was nicht okay ist wenn ich zum beispiel das ganze plagiatisiere das war niemals okay das wird auch niemals okay sein deswegen der sony fernseher ist niemals erlaubt aber nicht ein sony fernseher verkaufe weil ich halt das ding gekauft habe es weiter zu verkaufen wie es ja auch dem einzelhandel entspricht ist es weiterhin in ordnung das darf zum beispiel auch der hälter schneider weiter machen also da keinerlei gefahr für irgendwas aber da vielleicht auch als handlungsempfehlung an euch online gast da draußen bitte darauf achten dass ihr mit den logos aufpasst wenn ihr diese verwendet dass ihr auch zu lehrzwecken zwar offiziell loswenden dürfte über das link findet sich auch für das bild unten in der quelle das ist in dem fall stammend von der wikipedia das in dem fest vom rahmen hälter schneider laden aber da auch nur kontext hintergrund diese bilder dürft ihr verwenden nur hat eben bitte aufpassen wenn ihr es tut dass in kein verwechslungsgefahr besteht schrägstrich dass ihr eure inhalte werbung macht wenn sowas passiert ich meine ich bitte ja auch seminare weiterbildung kann dann aber bitte was ihnen getrennt voneinander halten ich äußere mich jetzt hier vor allem als wirklich enttäuscht und auch ein bisschen frustrierter lego fan ich bin früher sehr sehr gerne lego leben gegangen und zwischendurch finde ich vielleicht ist es auch welche nach der sache geworden ich habe keine ahnung aber ich sag es mal so mein schlüsselbrett draußen steht aus liegosteinen ich bin doch das was da ist abgeht ist mindestens aus marketing aus pr sicht da vielleicht auch an jedes kam freut euch über die werbung versucht doch eher mit diesen leuten eine kooperation aufzubauen lasst ihnen material zukommen jetzt am beispiel von helder steine hat ja die lego set review das geht ja am ende auch darum dass so ein unternehmen diese inhalte auch aufnimmt für sich verwerten kann das sollte eigentlich der mehrwert sein im ganzen okay aber bevor ich jetzt die 10 minuten marken noch zu stark heiße ich würde eure meinung interessiert feedback gerne in die kommentare oder einfach weil das jetzt als teil von der seminar läuft unter info der bindestrich sind da portiert oder sucht mich christian alder einfach schnell mal per google oder auf sonstigen plattform ich bin zu finden insofern hat mich gefreut bis bald wir hören und wir sehen uns